Mensch, ey, das ist so schade, dass der Baden trefft, die es ja wieder online stattfindet, so, oder? Ja, wieder ohne Leute, nicht alle auf einem Haufen, alle einzeln. Ach so, diese ganze Action auf dem Zeltplatz und so, irgendwie, das fehlt doch, aber wie könnte man das denn schaffen? Hast du eine Idee, wie man vielleicht die Leute irgendwie trotzdem connecten kann? Du, ich glaube, ich habe da was, ja. Ich habe da was. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Jetzt sind wir bei euch alle drüber geflogen. Wir haben euch gesehen. Wir sind eigentlich irgendwie doch alle zusammen, ne? Ey, und genau das ist das Gute. Wir wollen hier am Sonntag uns dann auch gemeinsam treffen. Und das wird einfach großartig, Leute. Das wird Bombe. Wir freuen uns! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.